Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town. Wir sind wieder unterwegs hier in der unterirdischen Pyramide oder was auch immer. Hä? Was? Ähm, Tobi? Ja? Was war das denn? Nichts! Alter! Du dreckiger, du dreckige Traitor-Sau! Hau ab! Wie? Nein! Lass mich noch mal! Tobi, du dreckige Traitor-Sau! Lass mich in Ruhe! Traitor? Ja, Alter! Der hat gerade Curry hier weggeschossen! Und der geht jetzt nach unten! Pan, der Erik geht auf mich los! Sag bitte was! Ah, da! Der hat hier oben noch! Hier oben noch hat der Curry weggeschossen! Hab ich gar nicht! Und zum Glück liegt hier noch ein Bumerang! Oh, sehr gut! Erik, mach auf die Lütze bitte! Ich hab ein Bumerang, Pan, ich hab ein Bumerang, aber ich bin nicht Traitor. Ich hab den von Tobi, den er hier oben noch verloren hat. Mit dem er Curry umgebracht hat. Pan? Hey Pan, ich hab keine Waffe! Pan! Ja, sehr gut! Ich hab die ganze Zeit drauf geweiht, dass der Erik da runterstrayt! Danke, Pan! Sorry, Curry! Danke für dein Vertrauen! Äh! Du alte Muschi, was ist denn das? Tobi, das war echt mies von dir, ganz ehrlich, ne? Das war richtig, das war richtig böse! Sowas toleriere ich ja eigentlich nicht! Ich finde das super, dass er sowas gemacht hat! Na klar! Ich hab ja noch keine Hilfe! Ich hab ja noch keine Hilfe! Ich hab ja noch keine Hilfe! Doch vor der Anmoderation hat mich der Erik damals getötet! Hä? Hä? Was mit meiner Maus? Hilfe, meine Maus verziehen! Hä? Was macht... hä? Das ist ne Traitor-Waffe! So, jetzt geht's! Okay, Tobi hat ne Waffe, der ist Traitor! Boah, was? Frohes Neues! Ich bin's, ich bin's! Das ist Kackerie! Wer schießt denn auf mich? Aua! Aua! Okay Jungs, jetzt beruhigen wir uns mal wieder alle, ja? Und da geh ich nicht lang, da geh ich nicht lang! Ey, ey! Alter, lass das! Ich hab es! Entweder um ist der Erik es hört! Weil mich jemand angeschossen hat, Mann! Ich hab's geschossen! Von euch beiden Vögel! Boah! Ich mach's nicht! Aua! Warum habt ihr eigentlich so geile, ihr habt so geile neue Motive im Shop? Ja, schön! Ich hab mir, ich hab mir... Ey Tobi, das war voll nicht abgesprochen, ne? Warum haben wir nicht solche Motive? Hast du das auch gesagt? Ne, ich hab, ich hab, äh, Vollzeit Traitor drin! Und du hast Innocent irgendwas! Alter! Könnt ihr mal bitte aufhören, sonst muss ich gleich wieder Dauerwerbesendung einblenden! Achso! Sonst gibt's ja gleich ein Schreiben! Aber wir haben nicht gesehen, wo man das kaum... oder wo man sich das holen kann! Sonst gibt's ja gleich ein Schrieb! Also! Äh, Öh, Öh! Äh, Öh! Okay! Wer ist da oben? Was ist das da oben?! Gronkh! Erik Gronkh, Stopp! HALT! Oh! Alter! Warum schießt er auf mich? Weil ich mich erschrocken habe, du Arsch! Weil dein schwarzer Schatten auf mich zukam, Mann! Boah! Hättest du dich auch noch erschrocken, wenn der Schatten weiß gewesen wäre? Ja, na klar! Ja! 3... 23. Guck mal. Entschuldigung? Guck mal hier mein Pflaster. Äh, ich hab ja nicht mein Pflaster. Hör auf. Gut, hier, ich bin wehrlos. Ich bin wehrlos. Die Tochter des Generals. Was? Was denn? Das heißt so. Hm, hm. Okay. Ja, kennst du nicht den Film, Wehrlos, die Tochter des Generals? Ja, natürlich, Erik, bitte. Hä, der heißt so! Ich hab ihn nicht erfunden. 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 Ja, ja, wuun! Ja, wuun! So, wer ist Traitor? So, Pan, wo bist du? Hier stinkt doch was bis zum Himmel, Alter. Ja, Entschuldigung, ich hab ge... Ich hab diese asiatischen Snacks hier nebenbei, weißt du? Ey, ist das hier ne Tra... Alter, ist das hier ein Traitor-Raum? Was denn? Hä? Da kommt man nicht rein. Das ist das... Erik? Okay, Tobi, ne, ich bin's nur. Ich hab auch keine Laffe. Curry! Wer hat den Curry gekürtet? Ja. Hä? Warte mal, Erik... Was denn? Hast du, warte mal, hast du hier gerade was geworfen? Ich hab gar... Hä? Ich hab meine Waffe nachgeladen. Natürlich, da liegt die Kuppe an. Oh! Scheiße! Oh, fuck! Alter, mein Bildschirm... Mein Bildschirm war rot, ich hab nichts gesehen. Fuck! Das darfst du denn was? Das darfst du denn wahr sein! Das darfst du denn wahr sein! Das darfst du denn wahr sein! Du Scheiße! Kann nie sein, ey! Jetzt hab ich den Curry so schön und sauber ausgeschaltet gerade. Das passiert selten. Das passiert selten, dass man den Curry so gut erwischt. Du Arschloch! Ja, aber wenn du so angeschlichen kommst, dann muss man sich auch erschrecken. Angeschlichen? Ich hab dich angeschrien und bin ja auf dich zugelaufen. Ja, ach so, da erschreckt man sich natürlich weniger. Gesunde Menschen schreien dann an und laufen auf einen zu. Nee, der erste Schuss war... Am besten noch mit ner Knarren da. Das kann ich so abkaufen, das glaub ich. Ja. Aber der zweite Schuss, also das ging ja gar nicht. Der zweite war ein Bumerang. Hey, hey, hey! Ganz ruhig Curry. So, ich bin innocent. Bitte nicht erschießen. Ich bin bei Curry, bin auch innocent. Ja, okay. Ich bin bei euch beiden. Ich bin sehr viel mehr innocent als Tobi. Ah! Ich komm hier nicht rein! Ich hab Pan gefangen. Ich komm hier nicht rein! Bei Pokémon Go? Du bist... Was? Hä? Hä? Was? Pokémon Go? Weil er grade meinte, er hat Pan gefangen. Ach so! Ja, bin ich gefangen. Ich komm einfach noch nicht da durch. Durch das Dingern. Bitte weg. Oh, warte mal. Auf dich ein Leben lang, Tobi. Aha. Pandoria. Ja. Was ist da los? Curry? Curry, sag mal was. Aber Curry ist auch gerne einer der Fake-Leichen platziert. Ihr wisst es. Das stimmt. Das stimmt. Das muss man im Hintergrund behalten. Aber, ja? Aber, warte. Ich suche hier einfach nur eine andere Waffe. Ich hab eine Kackwaffe. They were stabbed and cut before quickly bleeding. Off. Hä? Cut? Mit dem Messer? Die Pan tötet doch niemals den Curry mit dem Messer. Ich glaub, da krieg ich nicht mal in. Curry, du kleiner Dreckser. Andererseits ist die Pan auch sehr gewitzt. Das stimmt und ist gut drauf heute. Ja. Ja, warum bin ich eigentlich so gut drauf? Verstehe ich gar nicht. Ja, spielerisch. Spielerisch gesehen. Drogen. Drogen. Ähh. Wäh, da geht's zuencia. Wah, Keier. Du Curry! Also, kannst ruhig reden, ne? Hä? Wo seid ihr denn? Hm. Also, ich trau der Pan nicht. Wow, willst du wissen, wo wir sind? Teile Schiezen wir doch. Oh oh, dass ist der Tobi ja. Das ist der Tobi-Auto Tobi. Hallo Tobi, bitte denn nicht erschießen. Weißt du, dass Pan zu ihrer Leiche zurückkehren wird? Ich weiss es nicht. Vielleicht- Nee, du wirst es nicht gewesen... Nein. Wo seid ihr denn? Also ich bin jetzt hier bei dem, da wo überall, keine Ahnung, wo Sand ist. Erzähl's deinem Friseur mal. Erzähl ich mal sehr viel. Bist du sicher, dass du die ganze Zeit... Was denn? Was? Ah ok, die Pan ist ne gute Lügnerin. Hä? Was denn? Du wolltest grad irgendwas erzählen und hast angefangen zu lachen mittendrin, weil du irgendwas erzählen wolltest. Ich... ne, ne, weil ich... Ja natürlich, ich verrat mich so, dass du... weil ich... Oh scheiße. Oh kacke! Oho, oho, ooo. Paan, 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 paan. Ich bin hört, ich bin hört! Äh? Was soll dat, Leute? Was ist hier los? Pan, das ist echt, du hast echt harte Verdächtigungen. Ja, ey Robi, random käme ich doch... Ok, soll ich? Ohhhh. Vielleicht ist das ja wahr, Tobi, vielleicht ist das ja wahr. Meilhinde und Boomerang singen. Tobi, die Leute wollen mich leiden sehen. Los. Ich warte einfach noch vier Minuten, da wirst du schon ganz alleine ganz nervös. Das stimmt. Oder der Curry taucht noch irgendwo auf. Der Tobi läuft hinter mir her, ich wollte es nur ganz kurz sagen. Ja, ja, ich schieße dich jetzt mal ab. Ja, bitte nicht. Ich warte, ob es die Pans nicht hört. Hä? Okay, warte mal, warte mal. Weißt du, was mir jetzt erst aufgefallen ist? Was denn? Guck mal hier. Den habe ich bei Currys Leiche eingesammelt. Pan Doria. Ja. Pan Doria. Ich hab doch gesagt, ich hab nichts. Du hast einen Bumerang dabei. Oh, okay. Oder warte, warte, der Curry-Cut den auch da hingelegt haben, glaube ich aber irgendwie nicht. Nee, also das wäre schon sehr diabolisch. Wobei, warte mal, da stand doch das Cut und Bleeding to Death. Das passiert bei Bumerang aber nicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber mit einem Bumerang, was passiert mit einem Bumerang? Das weiß ich nicht. Hä? Das ist echt schwierig gerade, ne? Also Curry, wenn du das gefakt hast, dann... Das wäre natürlich ein Masterpiece, das muss man sagen. Kann man das nicht hier irgendwie sehen? Als ich das ankomme? Ich glaube nicht. Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Ich hatte gerade noch Freeze gehabt. Also wenn der Curry das auch noch hinkriegt... Boah. Eskisch! Den nehme ich mal mit zur Not. Hä? Ich kann den gar nicht mehr mitnehmen. Den Curry? Okay, man kann den Bumerang gar nicht mehr mitnehmen, schade. Oh, okay. Hm. Hm. Also ich bin ein bisschen raus aus der Nummer. Ich hätte dich von hinten mit dem Bumerang töten können übrigens. Das stimmt. Ja, das haben wir aber auch schon ein paar Mal so was. Ja, natürlich Pan. Du brauchst gar nicht probieren, du bist Traitor. Oder Curry. Ich bin kein Traitor, aber ich brauche echt mal eine andere Waffe. Und immer wenn ich das sage, ich bin Traitor. Laut Kommentare. Oh, okay. Und immer wenn ich nicht rede. Und immer wenn ich rede. Vielleicht ist das ja auch so, weil die sehen das doch oder nicht. Hey Pan, wie sieht's aus? Willst du mich töten? Töte mich. Komm Pan, töte mich. Was hast du denn da für eine Waffe? Baby Gun. Schreif mal. Feuer mal ab. Ne. Ne. Was? Was? Willst du mich verarschen? Curry lebt noch? Ja, sag ich doch. Ich bin das nicht. Verdammt nochmal. Ich habe gerade Curry getötet. Ich war sicher... Pan, ich habe gerade Curry getötet. Jesus! Pan, ich hab gerade Curry getötet. Oh Mann, Pan, Pan. Hat Pan... Hat Pan Curry wiederbelebt? Nee. Hattest du nur die Leiche gefakt und Curry sagt einfach nichts? Nein. Doch, nein. Was war denn euer Plan? Mein Plan war überhaupt nichts. Ich habe einfach nur gefaubt, die mich wiederbelebt. Ach so. Also hat sie mich doch wiederbelebt. Ja. Und ich dachte gerade, Alter, da sitzt ein Curry auf der Kiste. Denk so, ne. Das erste, was ich mache, ist nicht wegballern. Ist doch klar. Ich wollte eine Statue sein. Ach so. Ach guck, Krab Curry. Ja. Ja. Alter. Aber gut, dass du mich wiederbelebt hast. Boah, das war aber eine richtig gute Runde, weil das war total das Verwirrspiel irgendwie. Das stimmt. Und ich dachte auch, der Tobi hätte es ja auch gewesen sein können, theoretisch. Das wäre natürlich auch ein Masterpiece gewesen, den Bumerang so hinzuschmeißen und sagen, hier guck mal, das habe ich gefunden. Ja, das stimmt. Ja. Wer, ne? So Dinge, die dann durch den Kopf gehen dabei. Ja, Leute, ey. Ist das schön. Krass, ey. Krass. Ist das schön. Krass, Alter. Ja. Es ist einfach immer wieder schön. Es ist einfach der Habanesch. Das ist einfach der Habanesch. Das war auf jeden Fall wieder einer deiner Momente. Puh, ja. Na, nein, nicht wirklich. Also es wurde nur mehr Momente richtig. Doch, war gut. Das war echt gut. Ich fand das auch gut. Und ich dachte, ich dachte, Alter, da sitzt der Curry, der muss hundertprozentig, tausendmillionenprozentig ist der Traitor. Was für ein Turn of Events, was für ein Meisterstück. So. Es hat nicht funktioniert mit dem Defundator. Der hat mir gesagt, defundator, weil der mir gesagt hat, auf Slot 8 hätte ich schon eine Waffe. Ich hatte aber keinen Slot 8. Ja, ich hab alle weggeworfen und hatte nur irgendwie den Bumerang. Und es war bei Ende nicht der Bumerang. Aber erst bei der zweiten Nachricht hast du angebissen, ne? Ich hatte das Problem in der letzten Folge. Als ich dir geschrieben hab, die Betonung liegt auf uns so. In der letzten Folge hatte ich das Problem, ich konnte einfach den Bumerang nicht auswählen, weil ich dauernd ne Pistole hatte. Die hab ich weggeschmissen. Ich muss die viermal wegschmeißen, bis die weg war. Ja. Alter, Curry, warum schießt der auf mich? Curry? Der war's. Was? Thomas? Erik. Ach Curry. Oh Curry. Wir lachen jetzt. Oh nein! Mann! Alter! Alter! Schön! Wie trocken einfach! Oh! Ich glaub erst, ob ich mich unter ihn stelle, wenn er gleich rauskommen will. Boah! Boah! Das war mega trocken einfach! Ach, was ist denn los? Was tust du? Oh! Oh! Ja, ne? Bestimmt geklaut! Komm, fliegender Teppich! Oh Biene, die ich meine, sie heißt Aladdin! Ein kleines Pony Alibaba Hast du früher das Spiel gespielt davon, Tobi? Oh, auf Playstation 1? Mit diesem Lava Level, wo du mit dem Teppich da rumfliegen musst Jau, Alter! Oder war das sogar NES oder so? Das war, das war NES, ja Oder SNES, ja, geil, Alter Das war so geil, dieses Game Das war der Hammer Das hat der Funk letztens gespielt, da hab ich da zugeguckt fand das so lustig Stimmt Sag mal, kann das nur einer von euch jetzt spielen? Ich möchte jetzt hier, die Zuschauer wünschen sich das Mit dem Lava Level Okay, Cury, go! Hä? Ich schnell brauche, mit dem Stuhl, so Ah, ah Puh Ah, Tobi ab ich dich aber fast, ich wäre Jetzt mit dem Brrrso ey Boah, bei diesem Level kann man sowieso trailerräume und sowas einbauen und Fallen und alles Das wird sich voll anbieten Ey, Pant, für die nächste Session brauchen wir die Jagdhütte, unbedingt Die Jagdhütte? Was sind die Jagdhütte? Da ist eine Hütte und da drunter ist ein Tunnelsystem mit ganz, ganz vielen Fall. Oh, wie geil. Eine Yachthütte. Oh, ne Yacht, Alter, scheiß YouTube. Und da gibt's auch wieder ein Secret, was man lösen könnte. Hey Tobi! Man könnte immer zwischen den Pausen könnte ich vielleicht noch was einbauen. Vielleicht. Was denn? Kannst du mir mal deinen Baba-Wagen zeigen? Zwischen Pausen ist gar nicht am Bauen. Fall ein. Tobi nach. Hey, hey. Tobi, 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 Vorsicht. Tobi? Ich habe nur meinen Knüppel. 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 Was geht denn mit dir ab? Pani, schieß dich ab. Ich schwöre, Tobi ist es. Einer ist es. Hä? Ähm. Ich hab grad voll den Lack gehabt. Ja, ich auch. Ne! Pan. Pan ist grad zum Zombie geworden. Tobi ist es. Tobi ist Traitor. Ich bin gar nicht schräg. Alter, bei mir lag ist wie Sau. Pan, weh, du tödest mich jetzt. Hä, bei mir lag ist es gerade wie Sau. Oh. Ah, deswegen. Hä, der auch oder was? Oh, ich Currywurst. Oh. Nein, ihr müsst Tobi kehlen. Äh, la, 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 la. Ich habe auch unge-hunger. Und du hast ja gerade. Ei, ey. Oh, ich Currywurst. Wo hast du mal ganz ролi gehört? Ei, es ist nicht falsch, aaaa, la, la, la. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich bin mal Wurst. Ha, 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 ha. Weh, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Harry. Boah, ich halte. Ich ziehe ja noch genug nach meiner Toche. Ich gehe schon auf den Hals. Hast du eigentlich Synchronsprecher für Walking Dead gemacht? Harry, bist denn du? Das sage ich nicht. Okay, warte. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Kommt und holt mich. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Halt den Mund und suche ihn jetzt los. Ui, komm, 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 komm. Ich bewege mich nicht komplett, Freunde. Du bist am Campen, Curry? Bist du erst mal zum Campen? Ja. Ich haue jetzt nicht die Camper-Taktik raus. Das ist aber eklig. Was hast du denn? Was hast du denn? Boah, das geht auf den Hals. Vor allem geht da auf den Hals. Scheiße, mein Headset ist gleich leer. Was? Hä, was? Ich muss mein Headset gleich zum Aufladen setzen. Was? Ich muss mein Headset gleich zum Aufladen setzen. Okay, Zombie 1 ist tot. Ähm. 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 Also, da hinten. Okay. Okay, wo ist Zombie 2? Wo seid ihr? Ich bin Zombie Hunter. Bist du der Rick? Bist du der Rick Grimes? Ich bin der... Nee, ich bin der Darrel. Korall? Hehehe. Karl. Zombie! Zombie, Tobi! Wo bist du? Komm und hol mich! Ich bin Angelo Mertel! Tobi? Komm mal. Warum spricht hier keiner mit mir? War das mit Panik? Ist das auch ein Zombie oder nicht? Boah, ii! Da ist jemand Knochen. Ist so ekelisch, ne? Ist so abartig. Abartig. Es gibt's doch nicht. Wo seid ihr? Tobi, du musst mich doch jagen und ich nehm' ich dich. Ja? Ja. Achso, ich hab das Schwierbezicht noch nicht verstanden gehört. Entschuldigung. Das macht nix, Tobi. Entschuldigung. Aber irgendwann musst du ja auch mal zuschlagen, weißt du? Ist richtig. Merk-Move, ne? Also das hast du jetzt gesagt, nicht ich, ne? Aber ich hab' dir gesagt. 1 Minute 18 hast du noch, Tobi. Woran hat er gelegen, Curry? Nein! Wow! Oh! Zombie-Handahl! 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 Ja, geil! Pan, wo warst du? Pan? Warum bist du gestorben? Ich hab Pan gekillt, dann wurde ich selber zum Zombie danach. Achso! Die Traitor-Zombies haben sich gegenseitig aufgefetzt. Ne, ich hab' ihn dann angesteckt. Ja, ich war noch kein Zombie vorher. Achso! Ja, schade, ne? Ist total schade, dass es jetzt nicht geklappt hat, ne? Ja, war aber lustig! Es war... Wenn du Bock hast, dann kannst du mal probieren. Tobi, ich glaub' ich kill dich jetzt direkt. Ja, komm, töte mich. Das ist immer ein guter Move. Töte mich, Curry! Töte mich! Ich glaub' ich hab' auch'n Bumerang gesehen. Ah! Hähn mich doch! Nein, Tobi, hör auf! Ich find's nicht! Ja, lass mich doch mal raus hier! Nein, du bleibst jetzt hier! Bleib hier! Ich will dich anfassen jetzt! Tobi, komm zurück! Ich muss doch googlen, ob ich dir vielleicht noch irgendwelche... Tobi, komm jetzt, komm Tobi! Tobi! Hm? Ich sprich ins Feuer, wenn du mich nicht... Pan, 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 Pan! Ey Tobi, lass mich raus! Lass mich raus! Ich bin ein Drecksack, Alter! Tobi wollte mich lebendig verbrennen lassen! Niki, was los? Achso, das! Tobi, ich töte dich jetzt. Du hast mir einen Grund gegeben, Tobi. Jemand ist auch mal gut, ja? Töte mich, 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 Guck mal, ich kümel mich jetzt selber. Nein! Pan, mach keinen Fehler! Pan, mach keinen falschen Fehler! Mach keinen falschen Fehler, Pan! Hä? Hab dich genau im Visier! Ich glaub da ist schon jemand drüber gelaufen! Achso! Kann nur der Erik gewesen sein. Hab dich genau im Visier! Hab dich genau im Visier, Pan! Mach keinen falschen Fehler jetzt! Mach keinen falschen Fehler! Mach! Ja! Sei klug! Geh einfach! Geh! 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 Geh, geh, Alter! Geh, geh! Geh, 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 geh! Was war das mit der Frau? Oh, warte mal! Keine Ahnung! Ey, das ist meine! Danke! Hä? Ich brauch ne andere Waffe! Scheiße! Alles in Ordnung! Eeeh! 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 Pan! Ja, ich lebe noch! Warum ist dein Mikrofon so komisch? Jaaa! Ich bin ein Traitor! Ich bin voll Traitor! Eeeh! Pan, du hast doch, warum rastest du so aus? Der hat wieder seine Schroten ausprobiert! Pan! Brauchst doch nicht! Brauchst doch nicht! Ausrasten, Pan! Dann bleibt das stehen, bitte! Jaaa! Okay! Gut! Ey, was, was? Ne, ich dachte vielleicht, sie hätte keine Waffe in der Hand, das sah gerade so komisch aus! Pan, lass es doch einfach! Nein! 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 Was hat sie gemacht? Boah! Sie hat irgendwas noch nie geschmissen! Was hat sie gemacht? Es ist hier! Es war der Bumerang! Oh! Es war der Bumerang! Und sie hat mich aber in so eine scheiß Kammer gesperrt, als wäre ich so ein Idiot und gehe da rein und töte mich selbst, weißt du? Oh Mann, ich tue mir leid! Junge! Kamel hier? Was? Was? Camel Toe? Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Nächste Runde, Freunde! Nächste Runde, Freunde! Nächste Runde sehen wir es wieder mit dem Plaza! Oh yeah, Baby! Ich weiß auch nicht mehr, was es ist, aber es ist bestimmt cool! Ja! Alles klar! Freunde! Ich gucke mein Headset gerade noch anschließen, warte! Ach ja, Entschuldigung! Tobi ist wieder raus! Tschüss! Prost! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü